Schnückel, wollen wir den Bienenstachel in den Boden stopfen? Hier keine Biene. Was sagst du? Keine Biene. Ich mein doch sowas wie die Rübe ins Bett buddeln. Du möchtest beten? Ja, du kannst beten hier. Mach fertig. Dann nach Hause. Mensch, den Eimer in den Brunnen tunken. Ey, ich weiß nicht was Eimer mit tunken. Ich weiß nicht welche, ja? Die Ente am Puschel packen. Du möchtest Ente so sauer? Dann komm essen. Nee. Nee, was? Nee, Ente. Den Zug in den Tunnel, Rammel. Du möchtest Zug, Deutsche Bahn, jetzt nach Hause. Hab Auto. Den Korken in die Öse-Möse. Die Öse-Möse. Korken? Die Öse-Möse? Was? Hä? Ich weiß nicht was du. Ich weiß nicht was weißt. Naja, die Nadel im Heuhausen verschwecken. Ey, du. Ich hab keine Nadel. Ich hab keine Zug bei nichts. Möse. Damit du es verstehst, die Soja spress in die Bambus verfriemeln. Hm? Soja mit Ente. Kicken? Huh? Bum bum. Oh ja, bum bum. Jetzt? Das ist sechs machen. Nach Hause bum bum. Ja, sehr gleich. Ich weiß nicht. Okay, 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 okay. Okay. Okay.